Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wann und wie Hortensien zurückschneiden, das möchte ich euch gleich sagen. Bevor ich jetzt aber beherzt zur Schere greife, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Erfreulicherweise erreiche ich mit meinen Videos wirklich zahlreiche Zuschauer. Mir ist aber aufgefallen, dass leider nur zwei Prozent der Zuschauer auch meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Deshalb einfach meine Bitte, wenn euch die Videos gefallen und auch weiterhelfen, dann abonniert gern meinen Kanal. Lasst auch gern einen Daumen nach oben da. Ihr unterstützt mich wirklich wahnsinnig hiermit auf YouTube. Auf die Unterstützung bin ich in Teilen auch angewiesen und außerdem würde ich mich natürlich auch wirklich sehr, sehr doll darüber freuen. So, jetzt geht es aber los. Wann schneiden wir Hortensien zurück? In der Regel passiert das im zeitigen Frühjahr, am besten Ende Februar, Anfang März. Allerdings nur, wenn es frostfrei ist, sollte es wirklich jetzt noch richtig knackig kalt sein, dann legt die Schere lieber noch zurück, weil sonst könnten die frischen Schnittstellen einmal kaputt frieren. Und ja, dann ist euch auch nichts Gutes dabei wieder fahren. Deshalb abwarten, bis es über null Grad ist und das auch die nächsten Tage. Und dann könnt ihr auf jeden Fall zur Schere greifen. Wie man das macht, habe ich schon zahlreiche Videos gemacht. Ich verlinke euch an der Stelle mal hier eine Playliste, wo ich wirklich alles über das Zurückschneiden von Hortensien gemacht habe. Ich zeige es euch aber auch gleich nochmal. Ihr findet in der Playliste auch viele andere wertvolle Informationen. Im Prinzip alles über Hortensien, was man wissen müsste. Schaut euch also die Playliste mal an. Und ja, bei Bauernhortensien, wie in meinem Fall, ist es auch so, wenn man hier einen Schnittfehler macht, dann kostet das tatsächlich für den Sommer die Blüte. Deshalb achtet jetzt darauf, wie man es richtig macht. Wo setze ich jetzt meine Schere zum Zurückschneiden der Hortensien an? Hier in meinem Fall sagte ich ja die Bauernhortensie. Ja, bei der ist es einfach so, ihr dürft jetzt nicht wahllos hier irgendwo unten abschneiden und denken, die treibt wieder aus und blüht, sondern ihr müsst über den, über der obersten Knospe einmal ansetzen. Hier ist es so ein bisschen über Blätter verdeckt, aber hier könnt ihr es sehen. Hier ist halt die Knospe, wo sich nachher die Blüte wieder daraus bildet. Das heißt, setzt sich jetzt hier an, wird es keine Blütenbildung geben. Das bedeutet, ich muss in dem Fall dann über dem Knospenpaar einmal abschneiden. Ihr könnt auch gern jetzt hier natürlich schon die Blätter abschneiden, die vertrocknet sind. Da wird eh nichts mehr mit passieren. Die fallen nachher Weile aber auch ab. Und die Knospen müsst ihr auf jeden Fall lassen, sonst gibt es keine Blüte. Und das trifft halt hier auf die komplette Hortensie zu. Hier könnt ihr es ja auch sehen. Hier haben wir auch ein Knospenpaar einmal auf der und auf der Seite. Aus dem Grund setzen wir wieder hier einmal oben an und schneiden die alte verblühte Blüte ab. Der Grund, warum wir das jetzt übrigens im zeitigen Frühjahr machen und nicht schon im Herbst, ist einfach der, dass die verblühten Blüten noch so ein bisschen Winterschutz bilden. Das heißt, hier sammelt sich Schnee auch drauf. Das sieht zum einen auch schön aus und es ist, wie gesagt, auch ein kleiner Winterschutz für eure Hortensien. Deshalb sollte man es auf jeden Fall immer erst im zeitigen Frühjahr zurückschneiden. Ich werde es jetzt einmal fertig machen und dann seht ihr kurz, wie es aussieht. Ich habe meine Hortensie jetzt zurückgeschnitten. Die Blätter habe ich leider mit der Schere hier nicht abbekommen. Die Blätter sind zu dünn dazu. Entweder warte ich einfach, bis die noch weiter vertrocknen und selbst abfallen oder ich nehme jetzt eine dünnere Schere und schneide es damit dann ab. Das spielt jetzt hier aber keine so wichtige Rolle. Viel wichtiger ist halt, dass man, wie gesagt, die Knospen nicht abschneidet, weil sonst gibt es leider keine Blüte. Ich möchte an der Stelle wirklich nochmal verweisen, euch auch wirklich die Playliste anzuschauen. Da seht ihr auch nochmal viel detaillierter, wie ich das mit dem Zurückschneiden von Hortensien gemacht habe, auch von den verschiedenen Arten der Hortensien. Schaut es euch einfach mal an und ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen und auch geholfen hat. Wenn ja, freue ich mich, wie gesagt, wirklich sehr über einen Daumen nach oben, auch ein Abo. Wenn euch das gefallen wird, hilft mir wirklich wahnsinnig weiter auf YouTube und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!